Ja, hallo liebe Freunde. Thema Krisensicherheitsgesetz. Ich habe bereits ein Video über dieses Bundesverfassungsgesetz gemacht, das da ansteht, beschlossen zu werden. Aber es kursiert jetzt ein Artikel im Netz von einer Journalistin, die da einen Zusammenhang zwischen diesem Krisensicherheitsgesetz und dem Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz von 1917 herstellt. Und ich glaube, da sollte man vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen. Dieses Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz hatte ein Vorbild, eine kaiserliche Verordnung aus dem Jahre 1914, in der vorgesehen ist, dass eben aufgrund dieser Verordnung weitere Verordnungen der Regierung erlassen werden können im kriegswirtschaftlichen Sinn. Damals war eben, wie gesagt, der Erste Weltkrieg und man hielt es für notwendige, solche Verordnungen zu erlassen. Kaiser Franz Josef hat dies eigenmächtig gemacht, aber Kaiser Karl hat dann gesagt, also das geht so nicht. Er war sich offenbar einer gewissen demokratischen Notwendigkeit bewusst, hatte eine gewisse demokratische Grundhaltung und hat gesagt, wir brauchen jetzt eine gesetzliche Ermächtigung und ersetzen diese kaiserliche Verordnung durch ein Ermächtigungsgesetz, nämlich das sogenannte Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, in dem dann ebenfalls Ermächtigungen enthalten waren, aber eben auf gesetzlicher Basis. Entscheidend bei diesem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz ist aber folgende Passage, die ich ausdrücklich zitieren möchte. Der § 5 dieses Gesetzes sagt ausdrücklich, die aufgrund dieses Gesetzes oder der kaiserlichen Verordnung vom 10. Oktober 1914, Reichsgesetzplatz 2, 74, das ist genau diese kaiserliche Verordnung, die ich vorher angesprochen habe, erlassenen Verordnungen bleiben soweit, sind nicht zeitlich begrenzt, sind so lange in Kraft, als sie nicht durch neue aufgrund dieses Gesetzes oder aufgrund einer anderen gesetzlichen Ermächtigung, erlassenen Verordnung oder über Verlangen, und das ist das Entscheidende, das müssen wir uns merken, des Reichsrates nach § 3 dieses Gesetzes abgeendet oder außer Wirksamkeit gesetzt werden. Ja, und das ist das Entscheidende. Man hat gesagt, okay, in Kriegszeiten gibt es eine Notwendigkeit für die Erlassung von Verordnungen dieser Art, aber sie sind dann dem Reichsrat vorzulegen, sie sind dann parlamentarisch zu genehmigen oder eben nicht zu genehmigen, sie sind jedenfalls parlamentarisch zu behandeln und zu diskutieren und dann ist eben auch Verlangen des Reichsrates, diese Verordnung wieder außer Kraft zu setzen, wenn dies so vom Parlament, vom damaligen Parlament im Reichsrat angeordnet wird. Wie schaut es denn aus? In unserem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz, wenn ich dir zu sagen darf, im Krisensicherheitsgesetz, da findet sich keine Vorlageanordnung von Verordnungen an das Parlament. Ich meine, man muss einmal die Situation vergleichen. Ich meine, wir sind formal jetzt nicht in einem Kriegszustand. Ich meine, die Donaumonarchie war ein bisschen größer als unser Österreich. Da kann es schon sein, dass es gewisse Notwendigkeiten gibt, schnell zu handeln. Aber dann ist das doch dem Parlament vorzulegen. Und ich glaube, Österreich ist in keiner Situation, in der man davon ausgehen kann, dass es nicht möglich ist, dass in kürzester Zeit das Parlament einberufen werden kann, um entsprechende Notfallregelungen zu erlassen. Ich meine, wenn man sich das Gesetz ansieht, da wird eine richtige Krisensicherheitsbürokratie geschaffen mit diesem Bundeslagezentrum, mit diesem Bunker, wo dann irgendwelche Fachgremien unter Leitung irgendwelcher Minister einberufen werden. Da gibt es auch noch ein darüber geordnetes Beratergremien. Da wird ein Berater auf fünf Jahre bestellt mit einem Stellvertreter, der dann den Staatsschutz und das Abwehramt mit einbezieht und lauter solche Geschichten. Aber dass man sich einmal bewusst wird der Tatsache, dass man diese Verordnungen dann dem Parlament zur Genehmigung vorlegt, das findet nicht statt. Man hat zwar die Sechs-Wochen-Frist da drinnen, aber was das bedeutet, das ist also nach den Covid-Erfahrungen völlig klar, das ist völlig sinnlos. Aber diese Befristung, die hatte man auch im kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz und zusätzlich hatte man noch die Möglichkeit oder wurde verpflichtet, es dem Parlament vorzulegen, was wir jetzt nicht haben. Liebe Freunde, das ist ein Anschlag auf die Demokratie und sonst überhaupt nichts. Das ist gesamtändernd. Allein die Tatsache, dass man sich historisch betrachtet der Notwendigkeit einer parlamentarischen Genehmigung bewusst war und jetzt das weglässt, ist ein Eingriff in die Demokratie, die eine Volksabstimmung nach sich ziehen muss. Von den Grundrechten rede ich jetzt einmal gar nicht. Das bedarf einer Volksabstimmung nach gemäß Artikel 44 Absatz 3 Bundesverfassungsgesetz. Das muss einmal breit in der Bevölkerung diskutiert werden, was hier los ist. Welchen Grund gibt es überhaupt für solche Verordnungen? Ich meine, wir leben im Jahr 1917, wir sind im Jahre 2023 und da kann man kurzfristig das Parlament einberufen. Ich meine, 1917 in Kriegszeiten, im Rahmen der doch etwas größeren Donnermonarchie, war das etwas anders. Da gab es vielleicht auch die sachliche Notwendigkeit für solche Verordnungen. Und trotzdem war man sich bewusst, das Parlament darf nicht ausgeschaltet werden. Ja, wir haben eben einen Innenminister, der eine Tollfuß-Gedenkstätte betreibt. Und das ist das Ergebnis, liebe Freunde. Das ist das Ergebnis. Denn dieses Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz wurde ja rezipiert in der Verfassungsüberleitung bzw. im Verfassungsübergangsgesetz 1920. Und da hat man gefließendlich diese Vorlagepflicht ans Parlament weggelassen. Man hat es dann zwar eine Zeit lang noch gemacht, man hat so Verordnungen gehabt, die man dann doch dem Parlament vorgelegt hat. Aber man hat es dann einfach weglassen. Man hat dann nicht mehr vorgelegt. Man hat per Verordnung regiert. Ja, und das will man jetzt auch. Es ist das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, dieses Krisensicherheitsgesetz, ohne der Vorlagepflicht ans Parlament. Und liebe Freunde, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist ein Anschlag auf die Demokratie. Und da müssen wir dagegen halten. Und zwar ganz massiv. Weil das höhlt unser Gemeinwesen dermaßen aus, dass das ohne Zustimmung der Bevölkerung nicht möglich ist. In diesem Sinne, liebe Freunde, nachdenken und die historischen Vergleiche und die historischen Gegebenheiten genau beobachten, was hier damals wirklich war, nämlich im Rahmen dieses Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes, und was man heute aus dieser historischen Verordnung tatsächlich gemacht hat. In diesem Sinne. Untertitelung des ZDF.